Die Federation Algerian D-Football ist der Nationale Fußballverband in Algerien. Sie wurde 1962 gegründet, 1963 Mitglied der FIFA und 1964 Mitglied der Confederation African D-Football. Sie organisiert insbesondere die Nationale Fußballliga, den Landespokalwettbewerb und die Nationalmannschaften der Männer, der Frauen sowie die Jugendauswahlteams. Derzeitiger Trainer der Nationalmannschaft ist Abdelhak Benchikha, der im September 2010 Rabah Sadane ablöste. Siehe auch. Algerische Fußball-Nationalmannschaft